Rose Fröhlich, echter Patientenfall mit der Fragestellung, ich brauche Kochrezepte. Frau Rose Fröhlich, haben Sie welche für mich? Im gleichen Moment sagt die der Patientin, ich habe auch keine Lust zu kochen. Was machen wir da? Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diäteassistentin mit Kassenzulassung, eigener Praxis in Lüneburg und ich brauche mal eure Hilfe. Also, ich erlebe es in letzter Zeit ziemlich häufig, dass Patienten in die Praxis kommen und das war natürlich früher auch schon mal, aber im Moment ist es gerade gehäufter und die Fragestellungen kommen häufig zum Ende der Beratung. Ja, ich brauche Rezepte, Frau Rose Fröhlich, aber kochen habe ich keine Lust. Ist ein bisschen schwierig, oder? Ja, also ich habe dann überlegt, wir haben es dann besprochen und haben gesagt, ja, Rezepte kann ich rausgeben, mache ich auch gerne. Ich schreibe an der Stelle gerade an einem Kochbuch, aber ich habe dann erklärt, dass es sinnvoll ist, dass wir die Rezepte durchgehen, weil A, müssen sie zum Kunden passen, B, muss der Kunde überhaupt wissen, ob er das umsetzen kann. Also haben wir das verschoben auf die Folgetermine und werden es dann natürlich auch mit in die Beratung einbinden. Aber wie findet ihr denn den Grundgedanken? Ja, ich brauche Rezepte. Ich meine, das Internet ist voll mit Rezepten. Ja, kann man auch mal so an dieser Stelle sagen. Natürlich sind die vielleicht nicht immer passend zu der Thematik, die man hat oder zu der Krankheitssituation. Aber wie seht ihr das eigentlich? Ja, ich freue mich darauf, was ihr zu dieser Thematik sagt. Welchen Hintergrund hat es, wenn ich Materialien rausgeben würde? Also ich höre immer, letztens war eine Patientin bei einer Kollegin und dann habe ich am Ende, sie war total unglücklich, ist da ein paar Mal hingegangen, aber es hat ihr nicht gefallen, dann hat sie gewechselt. Und in der Stunde, die wir gemacht haben, waren dann schon viele Neuigkeiten dabei, die sie vorher gar nicht gehört hatte oder auch neue Studienansätze. Und dann kam auch noch zum Schluss hoch, weil ich dann nochmal nachfragte, gab es denn überhaupt an Grundinformationen etwas? Und da war es so, dass die Patientin an der Stelle dann erzählte, ja, also sie hätte Materialien gekriegt und habe gesagt, ja, haben sie da mal reingeguckt oder gelesen oder, ja, ne, die würden irgendwo rumliegen und Interesse hätte sie keins da dran. Also Unterlagen, Leute, nur rausgeben, wenn der Kunde auch was damit anfangen kann, beziehungsweise wenn es explizit mit ihm besprochen wurde und darauf sozusagen aufgebaut werden kann. Ansonsten liegt es nämlich alles nur in der Schublade. Jede wunderbare Broschüre hilft nämlich an der Stelle nicht. Warum nicht? Nicht, weil die Leute keine Lust haben, sondern weil wir gucken müssen, was denkt das Gehirn, wie funktioniert das Gehirn auf der gegenüberliegenden Seite. Und wir müssen an der Stelle immer gucken, was wirklich zum Patienten passt. Weil wenn ich ein Rezept habe, wo es draufsteht, was demjenigen nicht schmeckt, dann kommt er natürlich nicht so richtig vorwärts damit. Und deswegen liegen Unterlagen ganz häufig irgendwo in der Ecke. Aber dafür sind sie natürlich zu schade. Daher immer anpassen. Und so habe ich es auch mit dem Patienten gehandhabt. Ich freue mich auf euch. Wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Auf eure Kommentare wollte ich gerade sagen. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Das war's. Ja, das war's.